. Er hat leider unglücklich verloren, auch wenn man wahrscheinlich nicht weiß, was man sagt, vielleicht ein paar Worte von dir zu spielen. Ja, es ist schwer jetzt die ersten Momente nach dem Spiel. Auf der einen Seite ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Jungs. Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar, wieder. Aber was wir dann ab der 45. Minute präsentiert haben, das war eines geilen Pokalfinals würdig. Ich glaube, wir hätten es aufgrund der zweiten Halbzeit und auch phasenweise in der Verlängerung verdient gehabt, als Sieger vom Platz zu gehen. Das sind wir nicht, deswegen sind wir riesig enttäuscht. Wir haben so viel Scheiße dieses Jahr gefressen, unabhängig davon, ob Spieler nicht dabei waren oder Scheißergebnisse eingefahren. Wir hatten heute die Möglichkeit, uns zu belohnen. Wir haben ein geiles Spiel gemacht, ab Minute 45. Deswegen kotzt es mich an, dass wir hier den Elversberger beim Jubeln zuschauen müssen. Wenn es wahrscheinlich schwierig ist, nach so einem Spiel Worte zu finden, vielleicht ein kurzer Spiel aus deiner Sicht heute? Ja, zum Spiel will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich finde, in der ersten Halbzeit sind wir nicht so gut reingekommen. Das haben wir gesehen. Phasenweise gut gestanden, aber doch immer wieder einfach zu viel Ballbesitz gelassen. Und dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir es viel, viel besser gemacht. Wir waren auch gar die bessere Mannschaft. Wir machen dann 1-1. Es ist einfach gerade im Moment sehr schade. Ich glaube, wir hätten es als Truppe einfach extrem verdient gehabt. Wir haben so eine schwere Saison gehabt, mit so vielen Verletzungen. Und jetzt auch wieder. Ja, ich meine, Ivan spielt mit Knieschmerzen seit Wochen. Duller kommt gestern wieder zur Mannschaft. Haben letzte Woche noch mal Corona-Fälle gehabt. Platt und ich spielen auch mit Zerrungen. Gestern haben wir die Woche ein bisschen gezerrt. Götzsch fällt heute noch mal aus. Und dann kommen wir trotzdem zum Spiel. Wir als Mannschaft so ein geiles Spiel am Schluss noch. Und wir hätten es einfach verdient gehabt. Und dann kriegst du so ein blödes Tor zum 2-1. Das ist natürlich einfach extrem schade. Ich glaube, wir können uns nicht so viel vorwerfen, weil wir einfach extrem viel investiert haben. Aber wir waren einfach heute die unglücklichere Mannschaft am Schluss. Heute war ja auch dein letztes offizielles Spiel für den FC Hamburg. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, ich möchte mich einfach bedanken beim ganzen Verein, bei der ganzen Mannschaft, bei den Fans, bei der ganzen Vereinsführung, Trainerteam. Ich hatte wirklich extrem schöne Zeit. Ich hätte sie sehr, sehr, sehr gerne mit einem Pokalsieg beendet. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat. Aber trotzdem mit ein bisschen Abstand, glaube ich, wenn man ein bisschen alles Revue passieren lässt, werde ich auf die fünf Jahre immer sehr stolz und sehr glücklich zurückblicken. Es hat immer Spaß gemacht und war stolz, Kapitän dieses Vereins gewesen zu sein. Vielen Dank und alles Gute im Freiburg. Dankeschön. Herr Stegi, dein Ausgleichszreffer hat mich einfach mal kurz angebracht. Leider hat es dem anderen nicht gereicht, ein paar Worte von dir zu empfehlen. Ja, ich habe es gerade schon zwei, drei Mal gesagt. In der ersten Halbzeit haben wir nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Ab der zweiten Halbzeit und die komplette Verlängerung, denke ich, hatten wir das Spiel relativ gut im Griff, haben fast nichts mehr zugelassen, hatten selber ein, zwei gute Möglichkeiten, machen dann das 1-1. Und dass man dann halt kurz vor Schluss noch so ein Tor fängt, nach ein bisschen Unordnung hinten, ist natürlich unser gutterer. Wenn man dann wenigstens noch einen Zentimeter schieben wird, dann ist halt immer schade. Timo, leider hat es am Ende heute nicht gereicht. Ein paar Worte von dir zum Spiel. Ja, es ist ganz schwer nach so einem Spiel, weil wir in meinen Augen sehr, sehr, also wirklich an die Grenze gegangen sind, was es körperlich anbelangt. Und haben alles investiert, haben die erste Halbzeit verschlafen, haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, klar das Spiel dominiert, haben dann den Ausgleich verdient gemacht und haben dann leider durch einen individuellen Fehler das Spiel leider verloren. Und es ist schwierig momentan jetzt auch Worte zu finden, weil wir jetzt auch getrennte Wege gehen, auch der ein oder andere Spieler, der uns verlässt. Es ist menschlich und die ein oder andere Träne haben wir vergossen. Und deswegen ist es unheimlich bitter, weil wir hätten gerne mit den Fans, die uns mega unterstützt haben, die hätten wir gerne den Pokal mitgenommen nach Hamburg. Und dann? Wirkliche. 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 Vielen Dank.